So, und Willkommen zu einer weiteren Runde, ISAAC AFTERBOOM! Ich hänge hier das direkt mal mit der Hand und ich sehe das auch. Das heißt, Tap for a Daily Challenge? Daily Run? Machen wir das doch einfach mal. Oh, das ist mit Lilith! Lilith ist der neue Charakter. Sie ist von Anfang an blind, hat ein Item und ein... Inkubus oder Sukumus? Was macht der Sprite denn? LOL, das macht noch eins. Oh, das ist ein Geider? Also zu Liliths kenne ich noch so gut wie gar nichts. Ich weiß noch gar nicht, was... Was für ein Geid? Ich kenne ihn noch gar nicht. Joker? Oh, zwei Joker warten. Joker. Was ist das? Empty Vessel? Oh, mein Wort Empty Vessel? Nehmen wir mit. Und die andere Joker-Karte auch. Für den zwar jetzt ein halbes Pferd, aber da sind jemand gekauft. Das Problem ist jetzt an Lilith. Sie kann nicht jedes Item benutzten. Also sowas wie Brimstone bringt. Das ist echt verlockend. Bloß weiß ich jetzt nicht, wie stark sie darunter leiden würde. Ich weiß jetzt nicht, wie stark sie darunter leiden würde. Ich weiß jetzt überhaupt, was wir da haben. Oh... Box of Friends? Double? Your friends? Alter! Okay. Hm? Ich glaub das wird... Total... Das ist aber eigentlich schon stark so. Klingt an das Feuer oder was? Tatsache, so ein Chuck gesehen. Wie soll ich das jetzt schon wieder aktiviert? Na gut, ich muss noch reinkommen. Hey Mann, jetzt hab ich doch gar nicht mehr Feetung mehr. Ich bin... Warten bei Tontion, wo ich mich einstellen muss. Extra. Warte mal. Da ist die MC Pessel und noch etwas. Ich weiß aber nicht, was das ist. Warte mal. Da ist die MC Pessel und noch etwas. Ich weiß aber nicht, was das ist. Dann machen wir jetzt mal Doppelfrenz. Aber das ist auch so über direkt ein Champion. Warte mal. Ist das Item, was wir da haben, ist das, dass wir um den Schild haben? Oder? Ich hoffe, die erste Folge hat euch auch schon gefallen. Ich fand sie nämlich einfach, weil es konnte... Ich weiß gar nicht, ob das jetzt schon die erste Folge auf YouTube AfterBuff ist. Mal die neue Batterie. Sooo... Also ich glaube mit Lilith muss man auch ganz viele Friends spielen. So guck mir das vor. Oder generell mit dem Item. Oh, sie hat so Dämonen, oder? Das finde ich aber geil. Oh, wir haben jetzt nochmal Basement und Glattin. Also generell so passive Fähigkeiten sind, aber wie eigentlich Dark-Handlich. So was wie Cube of Meat, oder Ball of Bandits, oder generell sowas. Oder die Fliege, die Fliege war ja kaum drauf. So kann man hell, dass wir mal... Äh... So eine... So eine... Legendäre Item. Ich muss noch mal schauen, ob man... Irgendwieder die... Wie die Erschiedmann, die da hergestellt hat. Eine Rune... Okay. Ich merke, die... Es ist offiziell... Irgendwie noch da. Weil Huggalas, die Rune, muss man eigentlich erst freischalten. Jetzt weiß ich echt nicht wie das ist. Das muss ich vielleicht nochmal googeln. Oder kann man einfach... Ich... Okay. Das ist jetzt so faszinierend... Ich mach' mal, dann schauen wir mal, ob er den ausbekommen hat. Hat es. Okay. 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 Komm' ich so kurz her. Das ist zweimal stärker. Das ist zweimal stärker geworden. Oh... Oh... Wow... Soireig... ...mög' zu sehen, was ist kakke useless! Das ist... Ja, jetzt sieht ich aus, wie wir es tun. Die haben Sime-Re好吃 gekleucht. Das ist ja geil! Was soll das eigentlich mit Benef haben? Oh, ich kann ja nicht... Dabelsäume! Ah, ich sehe das hier mit PPS an. Hm... Oh mein Gott, die Bossmusik ist ja wirklich komplett anders. Und, man muss so was mit Ihnen. Was? Da fand ich eine Spinne. Okay. Also ich werde es generell so machen, alles was bei 15 Minuten ist, werde ich hochladen. Das reicht dann für einen Run, finde ich. Also für einen Part. Darunter werde ich nichts hochladen. Oh, was haben wir hier denn? Oh, das ist doch eine Bombe, was kann man immer haben. Alter, das ist nice. Nein. Generell, dass ich aber irgendwie mal ein paar neue Korriere freischalten. Ich würde mal überlegen, wie man sonst nochmal freigeschaltet hat. Also das Zweifel ist natürlich, es ist nicht mehr, auch wenn sie es verändert haben. Ich meine, es ist schon stärker, das merkt man. Ich weiß nicht, wie der einzigste Charakter aus der Welt, der im Zweifel spielt. Okay, was haben wir hier? Nee, das nehme ich nicht mit. Was haben wir hier? Oh Gott, das ist so brutal. Oh, jetzt wird dir ein Komperino. Was haben wir hier? Das ist doch natürlich ein Dämon-Baby! Oh Gott, das hat einen Dämon-Baby! Oh Gott, das ist nicht nur Dämon-Baby! Oh Gott, der ist mein Dämon-Baby! Was ist denn das? Was ist das denn keinchen Federmeister? Ich glaube ich passen meine Pfeile auf, oder? Ich bin ja gar nicht sicher. Ich glaube ich bin in dem Fall total etwas falsch. Ich glaube ich komme jetzt zu... ...hofft das Item auf? Komm. Oh mein Gott. Wir haben zwei Dämonenbabys und zwei... ... von dem anderen Viech. Komm, ich wollte mal... Ja, so war es jetzt. Das hätte ich irgendwie rechnen können. ... ... wo komm denn hin? Wo geh denn hin? ... ... ... ... ... ... ... ... Alter, ich hab nicht grad wirklich Krampus überlebt. Alter, das sieht so brutal aus. Ey, das war jetzt auf die Stämme schon. Das ist doch steil. Polyceph-verlust. Hallo. Alter. Was ist das? Ist das Finger-Serkorn? Okay. Danke. Oh, ne neue Joker-Karte. Ernst. Das ist immer. Ich feier das grad richtig ab. Und wo sind wir jetzt? Das ist okay. 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 Oh, mein Gott. 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 Was haben wir bei ihm? So, gut. Wer ist da? Ja, ich glaube ich möchte noch die Tore zu verarbeiten. Ich freue mich noch nicht. Was ist da? Wie ist das so viel combat? Ich bin drauf. Ich bin drauf. Okay... Alter, ich liebe... Also das liebe ich gerade richtig, Kombo. Danke, danke Spiel. Da könnte was geiles drin sein. Aber ich mach's trotzdem mal so. Jetzt mehr... Tata, tata. Schaut euch den Demeter an, bei Mega Fetty. Wir haben Swimilk gefixt. Also... Ihr merkt schon, ich werde gerade feuchten Höschen. Hm... Seit Menschengedenken... Oder er sagt... Warte, 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 warte. Easy. Wirklich, seit Menschengedenken... Warte, wenn man darauf, dass Swimilk gefixt wird. Wir sind bei 16 Minuten. Das reicht für eine Folge. Die Daily Challenge, okay. Haben wir einmal versucht? Ich würde sagen, wir machen einmal... Macht einmal pro Tag mal die Daily Challenge. Gut, ich würde sagen... Das reicht für eine Folge. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Bis dahin. Tschüss. Bis zum nächsten Mal.